Haben die Grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den Grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn es sein muss. Geht mir aus dem Weg nach. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt.